So, Harry Hurtig sagt guten Mittag am Strand von Maspalomas, heute am 25. Februar 2017, 12.30 Uhr, wir haben 25 Grad, ganz leichter Wind, keine Wellen, Hochwasser im Moment, ja, traumhaft, und der Strand ist voll, viele, viele Menschen, wir gehen gleich ans Wasser. So sieht's aus, wie in der Hochsaison. Gucken Sie sich das an. Hier ist was los, wenn Sie auch mal hier wohnen möchten, Mieten kaufen, www.check7x24.com. Ja, Wassertemperatur circa 19, 20 Grad. So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns und wünschen Ihnen einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Tschüss, bis, hasta mañana.